Hallo meine lieben Follower. Heute ist ein unheimlicher Tag. Seit um 12 Uhr bedeckt sich der Himmel. So komisch, gelblich und rot. Ganz komisch. Der Sturm hat jetzt nachgelassen. Heute früh war es so schwarz bedeckt und geregelt hat es auch die vorige Nacht, als die Vögel waren eine ganze Zeit lang still gewesen. Ja, guckt euch das an, so ein ganz komisches gelb und rot dazwischen. Und nicht zuzig, kein Regen kommt. Man denkt jetzt kommt Blitz und Donner, aber nichts dergleichen. Wahnsinn. Ganz komisch. So was habe ich mit meinen 70 Jahren noch nicht gesehen. Jetzt singen die Vögel wieder. Ja, das ist unsere Terrasse hier. Macht's gut, meine lieben Follower. Die Welt ist noch nicht untergegangen.